Es gibt ein Feuer. Spürst du die Hitze? Die Johnny-Seite und sein Grill. Das war ja mal ein geiler Trailer. Ballerts euch rein, Boys und Girls und willkommen in Johnny's Fleisch-Porno-Universum. Ja, vielleicht oben links den Hater Chili Cheeseburger halb und halb oder die restlichen geilen Streifen. Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.